Musik Gestern Abend ging es für Alba Berlin in der Basketball EuroLeague zu Hause gegen den direkten Konkurrenten Zalgiris Kaunas. Beide Teams liegen in der Gruppe E mit 3 zu 5 Siegen auf Platz 5 und 6 gleichauf. Jede Mannschaft wollte oder besser musste punkten, denn nur die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale. Hier die Szenen zum Spiel. Jede Mannschaft Jede Mannschaft